Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Yin & Yang Box von Yang Kafa und Küçük Effendi. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Yin & Yang von Yang Kafa und Küçük Effendi. Das Ganze am 15. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist eine große Box in ungewöhnlicher Form und zwar ist die tatsächlich kreisförmig. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Das letzte Mal, dass wir etwas von denen angesehen haben, war ja das Dickicht Bundle im letzten Jahr und jetzt ist es an der Zeit für die erste Box der beiden, die auch echt riesengroß ist und auch einen stolzen Preis hatte. Also eine der teuersten Deluxe Boxen seit langer, langer Zeit für mich. So, wir haben hier die Box im Yin & Yang Design etwas abgewandelt. Also man kennt das ja, dieses schwarz-weiße Logo, dieses Bild aus dem Taoismus aus der Philosophie. Allerdings in diesem Fall eben etwas abgewandelt, nicht hier mit den Punkten, sondern hier die beiden Schemen, die beiden Silhouetten der beiden Protagonisten hier. Einmal schwarz, einmal weiß. Ansonsten die Box hier komplett in weiß gehalten. Und wenn man das hier oben angreift, zumindest das weiß, das schwarz nicht, aber das weiß ist auch so eine raue Oberfläche. Also ich glaube da ist auch ein Glow-in-the-Dark-Effekt dann, aber man spürt auf jeden Fall hier, das ist anders beschichtet, schwarz ist glatt und das weiß ist hier wirklich so rau und hat Widerstand, wenn man drüber greift. Und auf der Unterseite der Box, rundum ist ja alles weiß, sieht das so aus. Wir lesen hier, Yang Kaffer und Küchig Effendi, Yin & Yang, dann die Infos und ein Barcode und hier oben haben wir noch eine kleine Auslassung, so ein kleines Löchlein. Hier kann man die Box dann tatsächlich aufhängen, an die Wand oder wo immer man möchte. Gut, wir schauen mal rein, wenn es gelingt, den Boxdeckel anzuheben. So, aber jetzt von innen weiß. Und dann kommt uns der Inhalt entgegen. Es riecht auf jeden Fall schon mal sehr stark. Ja, so, was haben wir hier? Wir haben hier einmal ein Zertifikat, also eine unterschriebene Karte. Dann haben wir eine schwarze eingepackte Masse hier, mit so einem schwarzen Papier, bisschen wie bei einem Schuhkarton. Und ansonsten hier nur noch so ein kleines Gel. Und eben hier sieht man nochmal besser das Loch, wo man die Box dann aufhängen kann. So, dann machen wir mal die Box wieder zu. Der Boxdeck ist echt streng da oben, also es geht sehr schwer auf und auch zu. Jetzt passt's. Wir machen die Box halt zur Seite. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Also das Papier ist auch nochmal komplett gebrandet. Hier sieht man es, Dean & Young. Dann haben wir hier sogar noch so kleine Siegelsticker. Und hier kommt dann der eigentliche Inhalt zum Vorschein. Und zwar haben wir hier ein Shirt, der den restlichen Inhalt hier so ein bisschen einschließt und gepolstert hat. Dürfte ziemlich groß sein, das Shirt. Einmal in schwarz. Dann, was haben wir hier? Das ist ein schwarzer kleiner Umschlag. Ich glaube, hier ist ein Anhänger drin. Schauen wir noch. Dann hier noch ein schwarzer kleiner Umschlag in so einer Stoffoptik. Das Album an sich. Im Digipack. Dann ein Bonus Mixtape. Ein älteres Release. Und zwar U-Boot. Und dann haben wir hier noch so einen kleinen schwarzen Umschlag. Ja, das war's. Das Papier ist jetzt leer. Passt mal zur Seite. Und dann schauen wir mal, was wir hier so im Einzelnen haben. Also erstmal würde ich sagen, holen wir die Sachen hier aus der Folie. In diesem Fall Album und Bonus Mixtape. So, das ist das Album. Kommt hier wie gesagt im Digipack. So, einmal und zweimal. So, das ist das Mixtape U-Boot. Und dann haben wir hier, auch wenn es nicht so ganz aufgehen möchte. Das Album an sich. Damit starten wir wie immer. So sieht das aus. Also Cover auch hier wieder dieses abgewandelte Yin und Yang. Aber hier rundherum noch so ein weißer Schimmer- oder Scheineffekt. Hier oben beschriftet. Unten beschriftet. Und auf der Rückseite die Tracklist. So, wir haben hier zwei CDs. Einmal die Yin und einmal die Yang-Seite. Neun auf beiden Features hier mit dabei. Von Celo und Abdi, Noah, Edo-Saya, Dardan, Hatta und Sio. Also 18 Tracks und sieben Features, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe. Ja, sieht gut aus. So, das Ganze ist ein Schuba. Und hier kommt dann die eigentliche CD zum Vorschein. Die kommt hier in einem Jewel Case. Zwei CD lesen wir hier. Auf der Seite auch wieder beschriftet. Cover Ident. Seitlich auch nochmal beschriftet. Was haben wir hier noch? Ah, hier lesen wir auch Mixtape. Okay, also auch dieses hier ein Mixtape. So, die CD ist etwas kalt. Beziehungsweise das Album. Dementsprechend haben wir hier dann so das Wasser. Also, 18 Tracks. Ja, eins zu eins wie auf dem Schuba. Barcode ist dabei. Und dann schauen wir mal rein ins Booklet. Das dürfte sehr dick sein. Ich gehe davon aus, dass es wenig Text, aber dafür umso mehr Grafiken und Bilder und Illustrationen beinhaltet. Genau, hier geht's los. Hier haben wir die beiden Herrschaften. Genau, wie ich erwartet hatte. Also, ein sehr buntes Booklet zu den einzelnen Tracks. Ah, wenn ich es jetzt richtig deute. Genau, haben wir zu jedem einzelnen Track hier eine Seite. Denn es geht hier los. Das hier ist Track Nummer 1. Sumatra. Und dann hier Bungalow auf Bali mit Celo und Abdi. Ich dachte erst, das hier wäre Chatar. Aber nein, es ist natürlich Celo. Denn hier auf dem Jetski haben wir auch noch Abdi. Also, jeder Track hat hier sein eigenes Artwerk bekommen. So sieht das aus. Hier ist Noah. Ja, also fast alle Bilder hier in so einer Urlaubsatmosphäre. Dann Edo Saya. Und dann sind wir auch schon auf der Yang-Seite. Also auf den neuen Tracks der zweiten CD. So sieht das aus. Das ist offensichtlich da dann. Dann haben wir hier Chatar in dem Golfkart. Und hier dann Cio von Craig Yoga. Gut. Also, wie gesagt, sehr buntes, sehr schön geschaltetes Booklet. Und zum Abschluss gibt es hier noch die wichtigen Infos. Und zwar die Credits. Die ganzen Produzenten, Beteiligte des Albums. Und wunderbar. Kaffer, ich finde die Legenden aus Leidenschaft. So, Booklet geht wieder zurück. Und wir kommen zu den beiden CDs, die auch natürlich hier in diesem Yin-Yang designt wurden. Einmal hier die weiße CD, die Yin-Seite. Und dann auf der Rückseite schwarz, die Yang. Und hier auch nochmal. Also, das Artwork hat man hier auf jeden Fall konsequent durchgezogen. Wir packen das Ganze wieder zurück. Und jetzt sehe ich auch gerade, das hier ist so eine spezielle Hochglanzoptik hier auf dem Schuber. Das ist mir vorhin gar nicht so aufgefallen. Dann haben wir das Bonus-Mixtape. Und zwar U-Boot. Zum ersten Mal, soweit ich weiß, auch physisch. War, glaube ich, bis dato immer nur digital erhältlich. Hier das Sternbild. Hier lesen wir es. U-Boot. Und auch hier haben wir so eine spezielle Beschichtung. Es ist auch wirklich hier so gedruckt. Also man kann das hier spüren. Und es glänzt entsprechend. So, Tracklist. Zwölf Stück an der Zahl. Keine Features. Und auch kein Barcode. Denn das Ganze gibt es meines Wissens wirklich nur exklusiv in dieser Box. Sonst nicht. Deswegen kein Barcode. So, auf der Seite beschriftet. Auf der Rückseite die Tracklist. Also Schuber Ident mit der Hülle. So, hier lesen wir jetzt zwar nicht Legenden aus Leidenschaft. Aber wir lesen hier Kaffer Fendi. Ein Klassiker. So, hier geht's los. Auch dieses Booklet hier wieder so gestaltet wie das von Yin und Yang. Hier hat man dann sogar noch beschriftet die einzelnen Tracks. Jawohl. So sieht das aus. Gut, auch hier zum Abschluss die Beats und die Beteiligten, die Credits. Sehr schön. Also, alles was man wissen muss, ist hier mit drin. Einzige was fehlt sind die Lyrics. Dann haben wir die CD. Das ist die hier. Auch hier wieder in dieser Sternenbildoptik. Polizei kommt auch schon. Und hier das Ganze dann in Schwarz. Also sieht man auch recht selten eingefärbte CDs hier. In Schwarz. Wunderbar. So, packen wir zurück in den Schuber und kommen direkt zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier ein Zertifikat. Das wurde hier wirklich beschriftet bzw. unterschrieben. Ja, und auch der Umschlag hier zugeklebt. Es geht gar nicht so wirklich auf. Wir werden einfach mal hier aufschneiden. Nach oben. So, wunderbar. So, was haben wir hier? Also, so sieht das aus. Und, das freut mich besonders, wir haben hier eine Durchnummerierung der Box. Bedeutet, wir erfahren hier, die Box wurde insgesamt auf 3200 Stück limitiert. Und meine Box ist in diesem Fall die Nummer 1508. Dann haben beide hier mit Tinte offensichtlich mit einem Tintenfüller unterschrieben. Danke für deine Unterstützung vor L. Ja, also das ist so Autogrammkarte und Zertifikat in einem. Als nächstes haben wir diesen schwarzen Umschlag. Und hier haben wir jede Menge Zeug drin. Also dieser Umschlag ist prall gefüllt. So, wir haben hier Sticker. Dreimal gibt es hier den U-Boot-Sticker. Ups. Dreimal quadratisch der U-Boot-Sticker. Dann haben wir einmal, zweimal, dreimal diesen hier. Auch wieder quadratisch. Dann gibt es den Dickicht-Sticker. Dreimal. So, was haben wir hier? Wir haben dann noch hier den guten Mann. Den sollte man kennen. Salvador Dali. In diesem Fall mit einem Schriftzug aus Rauch. Y-K-K-K-E. Also, Yang Kafa Küçüke Fendi. Dann das U-Boot als Sticker. Dreimal hier. Das ist auch wirklich dann hier so in U-Boot-Form. Also man kann das hier dann so rauslösen. Drei Sticker. Dann, was haben wir hier noch? I.O.U. Das Label. Dreimal hier Querformat. Dann Yin und Yang. Und Yang Kafa Küçüke Fendi. Dreimal. Dann dreimal hier. Das Album-Cover. Hier kreisförmig auszulösen. Auch das hier dreimal. Quadratisch. Mit dem Mixtape. Aufdruck. Also nochmal das Album-Cover hier. Schwarz-Weiß. Also quadratisch. Und dreimal haben wir hier einen Boarding Pass. Hier können wir auf dem U-Boot einchecken. So sieht das aus. Also ohne Ende-Sticker. Jeder Sticker dreifach vorhanden. Dann ein weiterer Umschlag. So was haben wir hier? Ah. Das sind die Leuchtfiguren. Und zwar. Na da ist noch was drin. So. Und zwar haben wir hier. Die Buchstaben. In verschiedenen Ausführungen. Na. Also hier kann man dann diverse Wortkombinationen bilden. Zum Beispiel YK, KE und dann eben noch 4L. Also for life. Und wir haben die dann in unterschiedlichen Varianten. Also einmal hier in weiß. Das sind glaube ich auch wieder welche, die hier im Dunkeln leuchten. Ebenso hatte ich erst verdreht, die einzelnen Buchstaben und auch das hier. Also ich glaube die leuchten alle im Dunkeln. Die wurden sogar hier entsprechend, nein die weißen sind es, die wurden hier entsprechend hinten mit so einer Magnetfolie, mit so einer Magnetschicht hier versehen. Also die kann man dann direkt an Kühlschrank oder metallische Oberflächen dran machen. Und die etwas stabileren, die hier so aus Kunststoff sind, das sind die mit der Magnetfolie hinten, aber die aus Kunststoff, die brauchen dann hier separat solche Sticker. Also da haben wir entsprechend diese kreisförmigen Dinger hier und dann kann man das, wo auch immer man möchte, an welche Oberfläche auch immer ranpappen. Ja. Also die leuchten dann auch im Dunkeln. Kühlschrankmagneten und sonstige zum Aufhängen. Dann haben wir hier noch so ein kleines Täschchen. Und hier ist dann der Anhänger. Anhänger bedeutet, man kann die beiden Herren und ihr Albumcover hier dann wirklich auch bei sich tragen als Schmuck. Denn wir haben hier den Anhänger, der ist so versilbert, schwarz und silber. Und hier oben dann dieses kleine Teil, da kann man dann mit einer Halskette zum Beispiel einfädeln. Auf der Rückseite lesen wir A, I, O, U. Und dann kann man das hier zur Schau stellen und sich als Fan der beiden outen. Und als letzten Boxen halt, haben wir dann hier noch ein Shirt mit dabei. Das ist recht großzügig geschnitten. Also ich denke, es ist auf jeden Fall ein Größe L. So, natürlich, wie zu erwarten, ist auch hier wieder das Yin und Yang Logo in abgewandelter Form im Brustbereich. So mittig abgebildet. Auf der Rückseite lesen wir auch wieder die Initialen, also Y, K, E. Und dieses Shirt ist ein Yin und Yang. Dann das Label. Also okay, hier ist nichts weiter. Dann schauen wir nochmal kurz unten rein, ob wir hier Infos haben. Genau. Hier lesen wir es. Yin und Yang, Yang Kafa, Küche, Gefendi. Das Ganze ist 100% Baumwolle und von der Urban GmbH in Deutschland. Grüße gehen raus. So, und jetzt würde mich interessieren, ein bisschen Licht hat es ja dann doch schon im Laufe des Unboxings jetzt abbekommen. Schauen wir mal kurz, wie das aussieht, wenn ich jetzt hier mal das Licht abdrehe. Ich meine, wir haben zwar jetzt ja ungefähr kurz vor 14 Uhr, das heißt draußen ist es jetzt auch noch nicht ganz dunkel, aber ich habe die Vorhänge zugezogen und wir probieren es einfach mal kurz, wie das aussieht, wenn wir das Licht abdrehen. Moment. Einmal rechts und einmal, wo haben wir es, links. So. Ja, okay, gut, das sieht man jetzt wenig bis gar nichts, aber ich kann euch sagen, es leuchtet auf jeden Fall. Ja, das Problem bei sowas ist dann eben immer, dass man es zwar sieht, also ich sehe es, dass es natürlich leuchtet, allerdings ist das Ganze schwierig von der Kamera einzufangen, weil einfach die Sensibilität für das Licht der Kamera einfach etwas zu schwach ist oder da einfach nicht ausreicht und dementsprechend ist der Bildschirm einfach schwarz. Man kann das in der Kamera leider nicht ganz so sehen und nachvollziehen, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass hier der weiße Bereich, der leuchtet hier ziemlich stark, vor allem wenn man dann draußen im Sonnenlicht oder generell das noch etwas länger aufladen lässt. Und ebenso auch hier die Box, die leuchtet ebenso, genauso wie natürlich die entsprechenden Buchstaben, die wir hier mit dabei haben. Jawohl. Das war es soweit mit dem heutigen Unboxing. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, dann haben wir dieses Zertifikat mit den beiden Unterschriften und der Durchnummerierung, dann den Anhänger hier für eure Halskette oder ähnliches, dann die einzelnen Figuren und auch natürlich die Buchstaben magnetisch, aber natürlich auch die, die man dann noch selbst ankleben kann mit Hilfe dieser Klebekreise, also mit Hilfe dieser Teile hier. Dann haben wir mit dabei Sticker, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 Sticker, wenn ich mir das nicht verzählt habe, in allen verschiedenen Variationen und Größen und Formen. Dann das Bonus Mixtape U-Boot hier in Jule Case und in diesem Schuber, sowie natürlich das Doppelalbum bzw. das Doppel Mixtape, also zwei CDs sind hier mit drin, zum Album Yin & Yang, auch dieses hier im Jule Case im Pappschuber. Jawohl, das alles, das alles in dieser wunderbaren Box Yin & Yang von Yang Kaffer und Kütschöke Fendi. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Yang Kaffer und Kütschöke Fendi unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!